Laden ab. Wir haben... Zwei Geleitjäger pro Schiff. Wir können das Energiefeld nur für einen kurzen Zeitpunkt öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. Zwei Jäger gegen einen Sternenzerstörer? Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um Ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. So wie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden? Hier genug. Aber egal. So. Stark. Es ist richtig. Ich. Toll. Der Motor ist repariert. Aber wir brauchen einen neuen Flügel, wenn wir da rausfliegen wollen. Einen neuen Flügel. Wann. Machen wir einfach alles kaputt hier. Warum haut der nicht? Einen neuen Flügel. Oh. Hab er zu Dezco getroffen. Wann? Jetzt. Boah. Leere Geburt. Wo kann man denn nicht hin? Kack Flügel finden. Ich dachte, er ist mit denen zu spielen. Spielen. Da. Komm jetzt. Wann? Wann? Hallo. Ich hab eigentlich keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn wir nur einen neuen Flügel finden. Wow. Was ist das hier? Das hier ist der neue Flügel. Wie fattig ich das denn jetzt da dran? War ich es nicht gerade schon kaputt gemacht? Wir haben es geschafft. Machen wir uns auf den Weg, Erschloch. Okay. Jetzt kann ich hier weiter. Hey, wir starten. Dann starten wir mal das Level. Boah. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, wir haben es gerade 11 Uhr. Ich bin immer noch müde. Das schaffen wir schon. So, wenn er jetzt mir nicht das lädt. Jetzt gibt es hier eine halbe Geschichte. No. Ich bin immer noch müde. Impariale Kampfläufer gesichtet. Echolstation, bereit hier. Okay. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Haltet ihr ATS-Ds auf! Ey! Nein! Oh, ich bin in ihn reingefahren. Ey, okay, okay. So. Eck. Hm. Dieser Stromdeleervator muss voll funktionsfähig sein, um die V-150-Panetenabwehr mit Strom zu versorgen. Das ist unsere einzige Waffe, die stark genug ist, um den sich nähernden Sternenzerstörer zu treffen. Ey. Tolles Schwarze! Mann! Ich bin schon da in ihn reingefahren. Mann! 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 Für dich gut? Ich muss das! Mann! K well! Da kann du auch dem sehen. Schau. Ja, ja, ja. So. Gut gemacht, Luke. Du hast es geschafft. Ich hoffe, dass es vorbei ist. Luke, hörst du mich? Hier wird es langsam eng und es kommen drei weitere AT-ATs auf uns zu. Du musst sie ausschalten. So. Komm schon, ich schaffe ihn. Los doch, fall hin! So, jetzt. Komm! Wir könnten das hier tatsächlich übernehmen. Du nichts überrascht. Die Chancen stehen nicht geradezu zum Gunsten. So. 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 Keine Ahnung, was das hier für die Kicher ist, hm? Aua! Aua, let's go! Also, wir gegen den Gefahren. Nochmal. Komm schon. Drehen, drehen, drehen. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt. BAM! Perfekt. Okay. Transporter sofort starten wir nicht mehr ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus kommen sie endlich das level ist abgeschlossen wenn euch diese episode gefallen hat dann lasst gerne liken und unten kommentar da wird außergehend auch mein blitz von server auch weiter lassen unten in der gubgeschreibe linken es hat ein traumhaft ab und dann haltet euch dann ciao rein